Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit den Triller-Raketen, 3-Stage, Raketen von Funke. Und das sind 5 Raketen, die 3 unterschiedliche Heultöne haben, während sie halt hochfliegen und am Ende gibt es ein Bokeh am Himmel. Wir gucken uns die mal kurz von nahem an. Es ist eine 4er Packung aus Plastik. Hier steht es, 3 Stufen Triller-Raketen. Hier haben wir auch die 4 verschiedenen Effekte. Wir haben von jedem Effekt eine Rakete hier drin. Insgesamt hat die ganze Packung einer NEM von 50,52 Gramm. Das heißt ungefähr 12,5 Gramm pro Rakete. Ein bisschen mehr. Gut, ich labere gar nicht weiter drum herum. Wir werden die jetzt einfach mal alle durchzünden, würde ich sagen. Viel Spaß bei der Zündung. Gut, wir beginnen mit der 3 Stufen Triller-Rakete Corolla Rotblinker. Also die Effektauswahl gefällt mir von den Namen her schon mal ziemlich gut. Gut, dann wollen wir. Oh ja. Und 50% der Aufnahme waren auch scharf. Immerhin. Ne, die hat mir schon mal sehr gut gefallen. Muss ich sagen, finde ich besser als die Reihen-Triller-Raketen. Jetzt machen wir den Effekt Goldcracker Rotblinker. Abenteuerliche Flugkurve. Okay, warte. Ich müsste das mal ganz kurz begradigen. Begradigt. Also gefällt mir aber wirklich sehr gut. Die Raketen finde ich wirklich klasse. Nächste. Brokat Weißblinker. Also die Raketen sind geil, aber ich weiß nicht, was sie für komische Flugkurven machen. Das Ding ist eigentlich ziemlich gerade. Ja, aber Raketen an sich sind ziemlich geil. Mein Gott, es kommt einem schon vor wie so richtig lästige Werbung. Aber habe ich bei Pyrodimension geholt. Immerhin gibt es keinen Affiliate-Link. Leute, ihr könnt euch glücklich schätzen. Ja, aber als Kanalmitglied spart ihr 10% bei Pyrodimension. Ne, also neben dem Abonnieren-Button ist der Mitglied-Werden-Button. Und wer eine größere Bestellung vorzutätigen, für den ist die Mitgliedschaft mit Sicherheit interessant. Und ansonsten für alle Leute, die mich gerne einfach unterstützen möchten. Boah, genug mit der Werbung. Letzte Rakete, Silberweide-Blau. Und ich hoffe, die fliegt nicht so komisch. Ich, also, ja, machen wir mal so. Komisch. Geiler Effekt. Also, Silberweide-Blau stelle ich mir anders vor. Ne, Spaß beiseite. Also, der Aufstieg wirklich eine 10 von 10. Von den Effekten her auch, muss ich sagen. Wirklich sehr geil. Aber jetzt bei letztem war halt keiner, ne. Aber ansonsten waren die sehr cool. Ich finde die Raketen richtig geil. Der Aufstieg ist eine 10 von 10. Und die Effekte gefallen mir auch. Der Zerleger ist nicht zu schwach. Schöne Ausbreitung. Ne, also alles in allem wirklich mega geile Raketen. Gut, der letzte Effekt. Ja, weil es leider ein Blindgänger kann passieren. Aber, ja, die anderen Raketen haben mich auf jeden Fall überzeugt. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt das Video sehr gerne. Also, es ist wirklich teilenswert, weil ich die Artikel, also weil die Artikel einfach ziemlich geil sind. Und ich schätze mal, euch werden diese Raketen auch überzeugen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nicht sehr viel. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis dann.